In einem Kilometer haben Sie hier zwischen Zille erreicht, dann weg. In 300 Metern haben Sie hier zwischen Zille erreicht, dann wenden. Sie haben hier zwischen Zille erreicht. Wir fahren trotzdem weiter. In 900 Metern hier uns abbiegen. Hier ist noch ein bisschen zufrieden, dass es hier ist. In 300 Metern am Ende der Straße links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Da sind wir noch abbiegen. Ja, hier ist ein bisschen zufrieden. Hier können wir uns abbiegen. Hier können wir uns abbiegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018